So, dann nehme ich mal wieder ein Tutorial für euch auf. Ach, bin ich ein netter Kerl. Okay, Spaß beiseite. Ich bin DanF204 und wir gehen in die dritte Runde und kümmern uns jetzt um Ereignisse. Beim letzten Mal haben wir dieses kleine Haus gebastelt und uns ein bisschen über Ebenen unterhalten. Und in der Zwischenzeit habe ich hier ein Haus gemacht von innen. Einmal hier und einmal hier. Das ist jetzt nicht so kompliziert und ich denke mal, dass ihr das auch nachmappen könnt, wenn ihr das wollt. Ich habe auf jeden Fall das Kacheset drin gewählt, die Nummer 3. Habe Breite und Höhe auf 17 und 13 gelassen. Und dann könnt ihr das hier mal als Vorlage verwenden oder mal drauf gucken. Ihr könnt einfach mal Pause drücken und selber euer Haus von innen machen. Das würde mich sehr freuen, weil gleich werden wir uns in das Haus hineinbegeben durch unsere Tür, die wir erstellen. Das wird lustig. Und dann habe ich das Ganze nochmal von oben erstellt und eine zweite Etage gemacht. Ist aber jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist für euch eigentlich hauptsächlich die erste Etage. Gut. Dann fangen wir eigentlich auch schon direkt an. Wie ihr seht, habe ich hier übrigens auch die Maps ein bisschen einsortiert. Das kann man machen, wenn man zum Beispiel jetzt Rechtsklick auf eine Map macht und dann auf Neue Map klickt, also auf Neu klickt. Dann wird sie automatisch untergeordnet oder wenn ich eine Map bereits habe, zum Beispiel die hier und sie auf eine andere Map drauf schiebe, dann wird sie auch untergeordnet. Ich kann auch eine Map greifen und zwischen zwei andere Maps schieben, also quasi neu sortieren alles. Okay. Damit könnt ihr ein bisschen Ordnung reinbringen und könnt jederzeit den Überblick wahren. Denn gerade wenn man 100 Maps hat etc., dann kann das sehr schnell unübersichtlich werden. Und da kann das hier wirklich Leben retten. Oder auf jeden Fall Zeit. Zeit kann es auf jeden Fall retten. Okay. Fangen wir aber jetzt wirklich an mit den Ereignissen, bevor ihr ganz ausschaltet. Gut. Was sind Ereignisse? Um Ereignisse zu bearbeiten, gehen wir als allererstes hier oben in den Ereignisbearbeitungsmodus, heißt das glaube ich. Ereignisbearbeitungsmodus, genau. Ereignisse und Events im Englischen sind eigentlich im Grunde so ziemlich alles, was im Spiel passiert. Also alles Interaktive. Wenn ihr ein Schild ansprechen könnt, ist das ein Ereignis. Wenn hier eine NPC steht, die ihr ansprechen könnt, ist das ein Ereignis. Wenn irgendeine Cutscene passiert, also irgendeine Videosequenz, dann ist das ein Ereignis. Wenn ihr auf eine Falle drauf tretet und verletzt werdet, das ist ein Ereignis. Eine Tür ist ein Ereignis. Etc. pp. Alles sind Ereignisse. So ziemlich alles, womit man interagieren kann. Eigentlich alles, womit man interagieren kann. Also alles Gameplay-Technische sind quasi Ereignisse, mehr oder weniger. Gut, damit wir das auch erstmal geklärt haben, was Ereignisse überhaupt sind. Gut, wir erstellen unsere ersten Ereignisse. Eigentlich ist sogar der Spielerstartpunkt das erste Ereignis. Es ist immerhin auch im Ereignis-Bearbeitungsmodus zu finden. Es ist aber ein sehr spezielles Ereignis und das können wir auch nicht weiter bearbeiten. Wir können nur die Position festlegen. Aber das reicht ja für uns eigentlich auch. Gut, wir werden aber jetzt was völlig anderes machen. Wir werden dafür sorgen, dass unser Spieler von hier bis hier gehen kann. Also durch die Map hier durch, durch die Map durch und von hier aus fängt er dann quasi an. Das ist wirklich ganz einfach, werdet ihr sehen. Weil da gibt es im RPG Maker MZ und auch im MV, falls ihr diesen benutzt oder auch im RPG Maker VXA, eine sehr, sehr coole Funktion. Ihr macht einfach im Ereignis-Bearbeitungsmodus Rechtsklick auf eine dieser freien Kacheln. Da, wo ihr eure Übertragung, euren Teleporter auf die andere Map hinhaben wollt, an meinem Fall hier am Rand des Weges. Das macht ja am meisten Sinn. Da mache ich jetzt kurz Rechtsklick, gehe auf schnelle Ereignis-Erstellung. Und dann habe ich hier mehrere Auswahlmöglichkeiten. Einmal Übertragung, einmal Tür, einmal ein Schatz und ein Gasthaus. Also diese vier Sachen könnt ihr schon mal ohne große weitere Hilfe ab jetzt, eigentlich genau ab diesem Moment erstellen. Spätestens, wenn ihr es nicht schon selbst gefunden habt. Dann drückt ihr hier auf Übertragung und dann habt ihr dieses Fenster. Das ist eigentlich ganz einfach. Hier sucht ihr den Ort aus, wohin euer Spieler übertragen werden soll, auf welche Map quasi. In dem Fall wollen wir hier auf Map 2 an diese Stelle hier. Könnt ihr natürlich auch jede andere x-beliebige Stelle wählen, wie ihr wollt. Richtung. Das ist die Blickrichtung, in die der Charakter guckt, nachdem er übertragen wurde. Zurückhalten bedeutet, dass er die Blickrichtung beibehält. Nach unten, nach links, nach rechts und nach oben wird er dann quasi in eine andere Blickrichtung gezwungen. Denn wir machen jetzt einfach mal nach rechts oder ihr lasst auf Zurückhalten. Spielt auch keine Rolle. Ich mache es jetzt einfach mal nach rechts. Okay. Dann habe ich hier meinen allerersten Teleporter. Yay. Und wir können dann quasi auch eigentlich schon mal anfangen. So, und ich will nicht fortsetzen, sondern ich möchte ein neues Spiel machen. Wie ihr gehört habt, habe ich jetzt schon ein bisschen Musik an, weil jetzt werdet ihr gleich was hören. Ein paar Schrittgeräusche. Und, tadaa, wir sind auf deiner Map. Wunderschön, oder? Es hat funktioniert. War ja auch nicht wirklich schwer. War wirklich nicht schwer. Was auch ziemlich cool ist, wenn ich jetzt das Spiel neu starte und auf Fortsetzen gehe, dann gibt es dort einen automatischen Speicherstand und der befindet sich dann hier. Nach jeder Spielerübertragung wird ein automatischer Speicherstand erstellt. Das könnt ihr aber auch deaktivieren, falls ihr das in eurem Spiel nicht drin haben wollt. Dazu geht ihr auf Datenbank und dann gibt es hier unten den Reiter System 1. Okay. Und hier gibt es dann automatisches Speichern aktivieren. Das könnt ihr dann einfach wegmachen, das Häkchen. Dann gibt es kein Autosave oder ihr lasst das Häkchen einfach da. Dann gibt es Autosave. Dann einfach auf Übernehmen oder einfach auf Okay. Je nachdem. Und speichert nochmal kurz ab, damit ihr das nicht vergesst. Fertig. So, nun können wir von hier nach da laufen. Und jetzt wollen wir nochmal zurück. Das ist ja auch kein Problem. Einfach hier rechtsklicken. Schnelle Ereigniserstellung. Übertragung. Den Ort aussuchen. Diesmal die Map 1. Hier hin zum Beispiel. Blickrichtung nach links. Oder einfach zurückhalten. Spielt keine Rolle. Und fertig. Gut. Funktioniert. Wir wissen, dass es funktioniert. Das brauchen wir uns nicht weiter angucken. Gut. Dann wollen wir hier an dieser Stelle die Tür machen. Aber wir wissen ja schon bereits, wie das geht. Schnelle Ereigniserstellung. Und dann einfach auf Tür. Tada. Und schon kommen wir in dieses wunderschöne Bild. Da haben wir hier diese wunderschöne Tür. Da gibt es verschiedene. Also habt ihr hier wirklich eine tolle Auswahl an verschiedenen Türen. Wir wählen jetzt einfach irgendeine aus. Nehmen wir die hier. Und ich glaube, das war auch die, die voreingestellt war. Wie sieht eigentlich die hier aus? Die sieht auch ganz schick aus. Aber wir nehmen trotzdem die. Und dann suchen wir natürlich die Position aus. Nicht vergessen. Sonst landen wir einfach hier. Tutorialhaus drin. Zack. Und fertig. Schon haben wir eine Tür. Und können ins Haus hineingehen. Wir wollen natürlich auch wieder rausgehen. Da habe ich hier ein Stück Teppich gemacht, um die Tür zu markieren. Ihr könnt das halten wie ein Dachdecker. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das machen kann. Es gibt auch Leute, die lassen dann einfach nur das Stück frei. Es gibt auch Leute, die machen hier die Wand komplett und machen den Teppich so davor. Es gibt mehrere Varianten. Ich mache es gerne so. Wie gesagt, da gibt es mehrere Varianten. Ihr könnt das halten wie ein Dachdecker. Ich mache das so und mache dann auf den Teppich einfach schnelle Ereigniserstellung, Übertragung. Und nicht Tür, sondern einfach nur Übertragung. Aber ihr könnt auch Tür machen. Wenn ihr hier eine Tür haben wollt, dann könnt ihr diese zum Beispiel auch hier davor machen. Und dann Tür. Aber das wird dann vielleicht ein bisschen komplizierter für euch, damit das vernünftig funktioniert. Und wir machen jetzt einfach nur Übertragung ganz normal und teleportieren uns dann einfach vors Haus an diese Stelle hier. Okay. Und Richtung zurückhalten und okay. Dann wollen wir die Treppe hochgehen können. Das machen wir einfach hier oder hier. Wir können es auch unten machen. Spielt keine Rolle. Wir machen es jetzt einfach mal hier oben. Schnelle Ereigniserstellung, Übertragung. Und dann Haus oben. Hier vor die Treppe. Zurückhalten. Alles vollkommen in Ordnung. Und dann Haus oben. Hier. Rechtsklick. Schnelle Ereigniserstellung, Übertragung. Und dann das andere Haus hier. Zurückhalten können wir machen. Und dann speichern wir das Ganze ab. Und probieren mal aus, ob wir einfach mal von hier bis hoch ins Haus laufen können. Und gucken mal, ob das Ganze funktioniert. Und natürlich auch wieder zurück. Funktioniert auch. Wunderbar. Und dann gucken wir mal, ob ich reingehen kann. Und es funktioniert. Und ich kann natürlich auch wieder rausgehen. Wunderbar. Guckt euch das an. Dann gehen wir hier hoch. Und sind hier. Und können natürlich auch wieder runtergehen. Alles funktioniert einwandfrei. Das ist doch schon mal gut. Aber warum funktioniert das überhaupt? Das ist die nächste Frage. Wie funktioniert das Ganze? Warum funktioniert das? Und was kann ich mit Ereignissen noch so alles Schönes machen? Wir fangen erstmal simpel an. Wir wollen, dass dieses Schild hier jetzt ansprechbar ist. Okay. Das wird wirklich relativ einfach. Als allererstes doppelklicken wir auf die Stelle, die wir ansprechbar machen wollen. Es könnte auch der Baumstumpf sein oder hier der Zaun oder der Baum hier. Es könnte auch das Loch hier sein. Dann könnte dann ein Text kommen, wie zum Beispiel, der Held versucht mit dem Arm hineinzugreifen und entdeckt einen Trank oder sowas. Oder eine Ratte. Wird von einer Ratte angegriffen oder irgendwas. Also da ist vieles möglich. Und wir machen jetzt auf jeden Fall dieses Schild einfach nur. Wir doppelklicken da einfach drauf. Und dann öffnet sich dieses Fenster. Der Ereigniseditor. Das ist quasi der Editor, um die Events bzw. Ereignisse zu bearbeiten. Das Fenster sieht sehr kompliziert aus. Und wir werden jetzt auch noch nicht alles durchsprechen, was hier zu sehen ist. Das werden wir in den folgenden Videos aber definitiv tun. Als allererstes haben wir hier oben einen Namen. Wenn ich hier auf Übernehmen drücke, wird dieser Name hier links auftauchen. Event 2. EV heißt Event. Und dann 002. Okay. Hier links ist nämlich eine Eventliste von allen Events, die sich auf der Map befinden. Wenn ich von dem Mapping-Modus in den Ereignis-Modus gehe, sind hier dann quasi die Events bzw. Ereignisse aufgelistet. Dadurch kann ich auch schnell immer Ereignisse finden. Es ist demzufolge auch vielleicht gar nicht so verkehrt, wenn ihr dort dann auch einen vernünftigen Namen eingebt. Aber ihr seht ja auch hier am Rahmen, welches Event gerade eingerahmt ist. Aber bei größeren Maps, wenn diese beispielsweise jetzt deutlich höher ist und das Ganze jetzt nicht mehr zu sehen ist, dann ist es vielleicht schon sehr schwierig. Dann weiß man vielleicht nicht mehr, welches war jetzt Event 2, welches war Event 1, welches war Event 387. Ihr versteht, worauf ich hinaus will. Es wäre nicht schlecht, vernünftige Namen hier stehen zu haben. Und das werden wir jetzt auch tun, nachdem ich die Map wieder ein bisschen kleiner gemacht habe natürlich. So, wir doppelklicken entweder hier in die Liste oder direkt auf der Map auf das Event und haben hier oben den Namen. Dort schreiben wir einfach zum Beispiel Schild hinein, drücken auf Übernehmen und dann haben wir hier Schild. Und das ist doch wesentlich, wesentlich bequemer und besser zu verstehen vor allem. Kann Zeit sparen und das ist das Wichtigste am Ende. Wenn man immer mal wieder irgendwo eine Minute sparen kann, sind es am Ende vielleicht auch 60 Minuten gespart vielleicht. Und das ist dann auch wieder eine Stunde, die ihr was anderes hättet machen können. Also, es läppert sich am Ende. Auch Kleinvieh macht Mist, wie man so schön sagt. So, wie gesagt, das Fenster werden wir nicht komplett durchsprechen, aber ich werde es natürlich so weit wie geht anreißen. Wir werden in den folgenden Videos, wie gesagt, dann weiter darauf eingehen. Hier oben könnt ihr noch Hinweise eintragen. Diese Hinweise haben keinerlei Spielbewandtnis. Dasselbe wie bei den Maps, dort konntet ihr auch Hinweise eintragen. Da könnt ihr entweder ein paar Sachen eintragen, damit ihr nicht vergesst, was in dem Event passiert. Wenn das nicht ganz ersichtlich wird durch den Eventnamen, dann könnt ihr hier auch ein paar Hinweise reinschreiben. Falls ihr da mal nach einem halben Jahr später, wenn ihr wirklich ein halbes Jahr in eurem Spiel sitzt, da in das Event reinguckt, plötzlich habt ihr einen Haufen Inhalte und wisst nicht mehr, worum es überhaupt ging, wäre ein Hinweis vielleicht nicht so verkehrt. Kann man machen, muss man natürlich nicht machen. So, dann haben wir hier oben Ereignisseiten. Das erkläre ich dann beim übernächsten Mal. Beim übernächsten Mal. Die Bedingungen fangen wir dann auch beim übernächsten Mal an und noch nicht in diesem Video. Dann haben wir hier Inhalte, die werden wir gleich besprechen. Autonome Bewegung werden wir im nächsten Video besprechen. Bild werden wir auch gleich besprechen. Aber dazu kommen wir später. Und dann haben wir noch einen Auslöser. Den werden wir auf jeden Fall jetzt nochmal kurz besprechen. Auslöser, Aktionstaste, bedeutet, dass wenn ich an das Event herantrete oder drauf trete, je nachdem. In dem Fall hier bei den Teleporter muss ich ja drauf treten. Ähm, also, und dann Enter drücken quasi. Okay. Das bedeutet Aktionstaste. Wenn ich dann Enter drücke, also die Eingabetaste. Spielerberührung ist, wenn ich das Event berühre, also wenn ich gegenrempele oder mich drauf stelle. In dem Fall hier war es draufstellen. Okay. Dann wird es automatisch sofort ausgelöst. Ereignis Berührung. Wenn uns das Ereignis berührt, also genau umgekehrt, dann können wir still stehen bleiben. Und, ähm, können trotzdem berührt werden. Das geht bei Spielerberührung nicht. Autorun, ähm, dann startet, ähm, das Event automatisch. Das Ereignis, sobald man die Map betritt. Das ist zum Beispiel gut für kleine Zwischensequenzen oder andere Sachen. Parallel ist fast dasselbe wie Autorun. Wir werden die beiden Sachen dann im nächsten Video schon besprechen. Dementsprechend machen wir das jetzt hier an dieser Stelle nicht. Der Unterschied ist relativ minimal, aber wir besprechen das im nächsten Video mal genauer. Dann kann ich euch das an Beispielen zeigen. Gut. Ähm, fangen wir aber erstmal mit den Inhalten an. Das ist, wie gesagt, erstmal das Wichtigste. Das ist im Grunde das, was innerhalb des Events passieren soll. Wir doppelt klicken hier auf diese leere Zeile. Und dann öffnet sich das nächste sehr, sehr komplizierte Fenster, wie ihr seht. Wir wollen aber nichts Kompliziertes machen. Und ich kann auch definitiv nicht alle Sachen innerhalb eines Videos durchsprechen. Da wären wir wahrscheinlich in zwei Stunden noch nicht fertig. Wahrscheinlich in drei Stunden noch nicht fertig. Ähm, dementsprechend werde ich immer nach und nach entsprechende Befehle, die wir auch brauchen, besprechen. Heute werden wir Text anzeigen und eigentlich nichts groß anderes machen. Aber auch da gibt es viel zu beachten und daran werdet ihr dann auch merken, warum ich mehrere Stunden brauchen würde, um alles zu erklären. Okay. Ereignisbefehlsfenster und da Text anzeigen. Da drücken wir drauf und kommen dann in dieses Text anzeigen Fenster. Das ist eigentlich relativ simpel aufgebaut. Wirklich relativ simpel. Da haben wir einmal hier ein Porträt. Da können wir ein Bildchen aussuchen. In dem Fall suchen wir kein Bild aus, weil das Schild kein Gesicht hat. Das wäre merkwürdig. Aber wenn wir mit einem Dorfbewohner sprechen, dann könnte dieser Dorfbewohner natürlich zum Beispiel hier eine alte Oma sein oder eine junge Oma. Nein, Spaß beiseite. Eine Frau halt. Ihr wisst, was ich meine. So. Ähm, hier kommt der Name rein. Falls, ähm, ein Name existiert beim Schild, könnte man jetzt Schild eintragen. Aber man könnte es sich auch einfach sparen. Das wird dann über dem Textfenster angezeigt. Zeige ich nachher. Machen wir jetzt nicht. Gut. Dann haben wir hier, ähm, Hintergrund. Da sucht ihr aus, wie der Hintergrund des Textfensters aussieht. Einmal das ganz normale Textfenster. Einmal, ähm, ohne Rahmen. Und dann sieht es auch ein bisschen anders aus. Und einmal durchsichtig. Dann habt ihr kein Textfenster, sondern nur den Text. Dann ist es ein bisschen schwierig, den Text zu lesen. Werdet ihr sehen. Ähm, aber ist nicht weiter so wild. Das ist dann, denke ich mal, eher für Videosequenzen oder für andere Dinge, wo dann Texteinblendungen sind. Wo man dann auch einen Hintergrund schon auf der Map hat, bei dem man die Schrift natürlich dann sehen kann. So, Fensterposition. Da haben wir einmal oben, Mitte oder unten. Was das bedeuten sollte, ist klar. Entweder ist das Textfeld unten, in der Mitte oder oben. Vorschau. Da könnt ihr euch das Ganze angucken. Wenn ich jetzt hier Text eingefügt habe. Hallo. Dann könnt ihr euch das Ganze in der Vorschau angucken. Ihr könnt auch F2 drücken auf der Tastatur. Dann habt ihr auch die Vorschau. Das ist ziemlich praktisch. Dann könnt ihr direkt beim Schreiben. Hallo, Peter. Und F2 drücken und könnt ihr euch das Ganze mal angucken. Gut. Kommen wir zum eigentlichen Thema. So, dann geben wir einfach unseren Text ein. Rechts Doppelpunkt. Also das, was auf dem Schild stehen soll. Rechts Doppelpunkt. Karottenfarm. Karottenfarm. Und dann, ups, nicht Tabulator. Enter. Warum ich Tabulator gedrückt habe, weiß ich selber nicht. Egal. Links Doppelpunkt. Leertaste. Und dann, keine Ahnung, Fischfarm. Nein, Quatsch. Obwohl, ich reibe aus Spaß. Fischfarm. Fischfarm. Und schon haben wir einen kleinen Wegweiser gebastelt. So, wie ihr seht, wenn ich den Mauszeiger hier drüber halte, kommt hier so ein komisches Fenster. Hm. Und da stehen ein Haufen Steuerzeichen. Was soll das bedeuten? Was wollen die jetzt von uns? Hä? Komisch. Und jetzt kommen wir zu den Steuerzeichen. Ihr könnt euch das Ganze einfach durchlesen, indem ihr hier einfach mal den Mauszeiger drauflasst. Einfach. Na, jetzt kommt's. Okay. Und dann stehen hier ein paar Steuerzeichen. Die könnt ihr euch mal alle durchlesen. Da stehen rechts die Erklärungen. Ich erkläre jetzt nur eines. Das, was wir jetzt auch verwenden wollen. Wir wollen einmal verwenden, nämlich die Farbe. Wir wollen die Schriftfarbe ändern, weil diese ist langweilig und weiß. Das ist öde. Wir wollen Karottenfarm in Orange schreiben. So wie schöne orangene Karotten. Das finde ich eigentlich am coolsten. Und das machen wir dann auch. Dazu machen wir Backslash C, eckige Klammer auf, N, eckige Klammer zu. Das N wird ausgetauscht mit einer Zahl. Das steht auch hier in dem Text so drin. Dort steht drin, nachfolgender Text in der Entenfarbe. Nicht in der Entenfarbe. Also nicht Nack-Nack-Ente, sondern in der Farbe, die ich hier mit N austausche. Aber, hä? Was soll ich denn da jetzt reinschreiben, fragt ihr euch? Das ist ganz einfach. Dann macht ihr hier Rechtsklick jetzt zwischen die eckigen Klammern und wählt Farbindex eingeben. Und dann könnt ihr euch hier jetzt eine Farbe aussuchen. Wir nehmen dieses hier. Das ist so ein bisschen hellrot. Dann könnt ihr euch das in Vorschau anzeigen. Jetzt ist aber alles so rot. Was mache ich denn jetzt? Jetzt kopieren wir uns das Ganze einfach hinter das Karottenfarm und schreiben einfach hier eine Null rein. und dann wird alles wieder weiß. Okay. Oder Rechtsklick halt. Die Null löschen. Rechtsklick. Farbindex einfügen. Weiß ist dann auch die Null. Okay. Gut, dann kopieren wir uns das Ganze wieder und wollen Fischfarm in einem bläulichen Ton machen. Na gut, dahinter brauche ich es nicht nochmal kopieren, weil dann ist eh zu Ende. Gut. Dann machen wir das in einem bläulichen Ton. Mal gucken, wie das dann aussieht. Farbindex eingeben. Nehmen wir den hier. Der sieht eigentlich ganz cool aus. Oder den? Dann nehmen wir den. Ah ne, der ist obwohl. Ach, wir nehmen jetzt den Fischfarm. Karottenfarm in Rot, Fischfarm in Blau. So, und damit wissen wir auch, wie wir farbig schreiben. Es sind, wie gesagt, noch viele andere Befehle da drin, aber die alle zu erklären, würde zu weit führen. Und dementsprechend lassen wir das Ganze. Drücken hier einmal auf OK. Auf Übernehmen. Auf OK. Und dann haben wir unseren allerersten Befehl drin. Und wir können das Ganze mal ausprobieren. Wenn ich jetzt das Schild anspreche, müsste eigentlich theoretisch, also mit der Enter-Taste, müsste eigentlich theoretisch ein Textfenster aufgehen. Aber es passiert nicht. Warum nicht? Okay, Leute. Vorführeffekt. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Untercharakter. Es müsste Wie-Charakter sein. Entschuldigung, Priorität Wie-Charakter natürlich. Entschuldigung, mein Fehler. Kann passieren. Sollte nicht passieren. Genau. Okay. Jetzt funktioniert es auch. Rechts Karottenfarm, links Fischfarm. Aber da habt ihr gleich mal gesehen, was man so alles für Fehler machen kann. Ja, auch mir passieren Fehler manchmal. Ist nicht schlimm, ich habe es sofort erkannt. Priorität Untercharakter, wenn man drauflaufen soll. Wie-Charakter. Wenn man gegenlaufen soll. Über-Charakter. Wenn man drunter laufen soll. Okay, gut. Wie-Charakter. Entschuldigung, Priorität hatte ich vorhin vergessen zu erklären und deswegen habe ich es dann auch vergessen zu machen. Ja, manchmal bin auch ich ein bisschen zerstreut. Ist egal. Priorität Wie-Charakter natürlich in dem Fall. Und bei den Übergängen, die können wir uns gleich mal angucken, indem wir einfach hier doppelt draufdrücken, ist hier Priorität Untercharakter, weil wir ja drauf treten wollen. Und dann ist hier auch Auslöser Spielerberührung. Dann haben wir hier SE abspielen. Das bedeutet Soundeffekt abspielen. Und Spieler übertragen. Diese Befehle haben wir hier drin. Das haben wir einmal, wenn ich euch das mal zeigen darf, einmal hier doppelt drauf auf die leere Zeile. Dann zeige ich euch das gleich mal, wo sich das befindet. Einmal auf der Seite 2, hier oben, Spieler übertragen. Dann öffnet sich dieses Fenster. Und einmal haben wir hier SE abspielen. Dann öffnet sich dieses Fenster. Gut, das sind diese beiden Befehle, die hier automatisch, wenn ich ein schneller Ereignis erstelle, schnelle Ereignis erstellung, Übertragung, okay, und automatisch drin sind. Einmal die Schritte, die Soundeffekts. Und einmal die Spielerübertragung. Falls ihr nicht ganz zufrieden seid, zum Beispiel mit dem Soundeffekt, dann könnt ihr hier einfach drauf gehen, rechtsklick, und dann bearbeiten. Oder ihr drückt die Space-Taste, das ist die Leertaste. Also drückt einfach mal kurz Space, und dann kommt ihr hier in dieses Soundbearbeitungsmenü. Und könnt das Ganze mal Probe hören. Ich hoffe, ihr habt das alles gehört jetzt. Und mein Sound wird auch aufgenommen, sonst haben wir hier ein kleines Problem. Okay, ja, aber ich hoffe mal, dass das Ganze funktioniert. Wie gesagt, wenn nicht, dann haben wir hier ein kleines Problem. So, drinnen haben wir jetzt diese Treppe. Und ich will, dass die Treppe ein bisschen anders klingt. Dann gehen wir jetzt in die Treppe rein, also in das Event auf der Treppe. Hier SE abspielen, rechtsklick, bearbeiten. Und dann würde ich Move 2 zum Beispiel haben. Und Move 2 klingt doch ein bisschen anders, oder? Dann könnt ihr hier noch die Lautstärke einstellen. Wie ihr seht, oder hört, Entschuldigung, könnt ihr hier die Lautstärke einstellen und hier die Tonhöhe. So, das ist doch wunderbar. Dann habt ihr das auch mal gesehen. Könnt ihr auf OK drücken. Und dann haben wir einen anderen Sound, wenn er die Treppe runter geht. Und hier können wir auch nochmal reingehen. Move 1 ändern auf Move 2. Und dann haben wir da einen anderen Sound. Gut, nun wollen wir noch ein NPC erstellen. Und dann kann ich euch gleich nochmal ein paar andere Sachen zeigen. Und zwar wollen wir eine kleine, nette, alte Frau erstellen. Die stellen wir einfach hier an den Baum. Also wir doppelklicken einfach an diese Stelle, wo die Person hin soll, beziehungsweise das Ereignis hin soll. Doppelklick. Dann wählen wir ein Bild. Oder wir schreiben als erstes mal den Namen rein. Das ist erstmal das Wichtigste. Alte Frau. Oder einfach nur Frau. Wir sind ja nette Menschen und sagen nicht, dass jemand alt ist. So, dann taucht hier automatisch, wenn ich auf Übernehmen drücke, die Frau auf. Und wir können uns ein Bild aussuchen. Wir suchen uns ein Bild aus. Dann nehmen wir People. Und zwar war das hier diese schöne alte Frau. Wir drücken auf OK. Und haben sie dann hier. Wenn ich jetzt auf Übernehmen, auf OK drücke, dann steht sie auch hier. Dann habe ich auch tatsächlich ein wunderschönes Bildchen, ein kleines Vorschau-Bild. Und ich weiß auch, schon auf der Map sehe ich, um welches Ereignis es sich handelt. Bei der Tür ist das ebenso, falls ihr das bereits bemerkt habt. Also ist das wirklich ziemlich praktisch. Ihr könnt auch die Tür, ähm, auch dann Tür nennen, damit ihr das vielleicht auch wisst. Dann hier links in der Liste. Aber nur, falls ihr das möchtet. Und ihr könnt das hier auch, ähm, dann Teleporter nach, bla 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 nennen. Falls ihr das möchtet, braucht ihr aber nicht unbedingt. Wichtig ist eigentlich hauptsächlich, dass die Frau eigentlich hier oben Frau heißt. Was auch nicht unbedingt sein muss. Aber, ihr wisst, wenn ihr da 100 Events hier habt in der Liste, es ist vielleicht nicht schlecht, wenn die dann doch einen Namen haben. Gut, und ich möchte, dass diese nette Frau jetzt auch was sagen kann, wenn ich sie anspreche. Wenn ich eine Grafik wähle, wird die Priorität meistens automatisch auf wie Charakter gestellt. Wenn ich hier keine habe, unter Charakter. Und wenn ich eine Grafik einstelle, dann wird die Priorität auf wie Charakter eingestellt. Also, wenn ich hier Menschen erstelle, dann sind sie automatisch schon in der richtigen Priorität. Das ist ziemlich praktisch. Gut, dann wollten wir uns jetzt die Inhalte angucken. Ganz einfach, wie gehabt, einfach Text anzeigen. Jetzt können wir ein Porträt machen. Dann machen wir einfach das Bild von der alten Frau. Das hatten wir ja hier irgendwo. Hier ist es das. Das hier war es. Drücken wir auf OK. Schreiben hier einfach Frau rein und bei Name oder Bertha oder so. Schreibt einen Namen rein und fertig. Gut, dann haben wir eigentlich schon, eigentlich so ziemlich alles gelernt, oder? Aber was ist Stapel-Eintrag? Stapel-Eintrag ist auch ziemlich praktisch. Da könnt ihr Textfelder machen mit mehr als vier Zeilen, zum Beispiel zehn Zeilen, okay? Da habt ihr hier zehn Zeilen, obwohl ja nur viere in ein Textfeld passen. Also, wenn ich jetzt Vorschau drücke, passen ja nur vier rein. Okay, dann drücke ich mal auf OK. Mal gucken, was bei Stapel-Eintrag passiert. Und er erzeugt uns gleich mehrere Sprechblasen hintereinander. Und das ist wirklich ziemlich praktisch und kann definitiv etwas Arbeit sparen. Wieder einfach ganz normal mit Rechtsklick und Bearbeiten könnt ihr das Ganze übrigens auch wieder bearbeiten, falls ihr irgendwo mal einen Tippfehler habt oder den Text mal wieder nacharbeiten, bearbeiten möchtet. Aus irgendwelchen anderen Gründen. Aus inhaltlichen Gründen beispielsweise. Ihr könnt auch einfach Leertaste drücken. Gut. Falls ihr über den Text jetzt noch was anderes einfügen wollt, zum Beispiel einen neuen Text, dann doppelklickt ihr einfach ganz oben hin in die oberste Zeile und fügt einen neuen Text zum Beispiel ein. Oder Sound-Effekt abspielen. Wir können nochmal einen Sound-Effekt abspielen. Können wir auch machen. Keine Ahnung. Zum Beispiel Bell. Und dann wird das oben eingeordnet. Das ist ziemlich praktisch. Und sollte man auf jeden Fall wissen. Also wenn ihr irgendwo drüber neue Einträge machen wollt, dann einfach doppelt draufdrücken. Irgendwas aussuchen. Auf OK drücken. Und dann haben wir hier oben einen Sound. Zum Beispiel. Oder irgendwas anderes drüber. Gut. Dann haben wir hier unsere Textfelder. Da steht jetzt nichts Besonderes drin. Aber das soll jetzt auch nicht Thema sein. Wir können loslegen. Wir gehen jetzt zu der netten alten Frau. Und da ist sie. Und sprechen sie an. Und dann haben wir hier oben das Namensfeld. Und hier das Porträt. Sieht doch wunderschön aus. Oder Leute? Natürlich passt jetzt ein bisschen weniger Text in die Breite. Aber das ist nicht so wild. Also es ist immer schön, ein Porträt zu haben. Und wie ihr seht, werden jetzt alle Befehle nacheinander angezeigt. Die Befehle werden immer von oben nach unten abgearbeitet. Das heißt, ihr müsst sie auch von oben nach unten in der richtigen Reihenfolge einsortieren. Die werden nicht irgendwie kreuz die quer oder irgendwas anderes. Also es ist immer so, wie wir das auch einordnen. So wird das auch abgespielt. Natürlich können wir das auch ein bisschen manipulieren, die Reihenfolge. Aber dazu kommen wir natürlich später und nicht jetzt. Also wir können da auch ein bisschen was dran drehen. Aber dazu kommen wir, wie gesagt, nicht jetzt. Weil das wäre viel zu kompliziert jetzt. Spielt einfach ein bisschen rum. Erstellt ein paar Textfelder und ein paar Teleporter. Mappt noch ein bisschen. Mappen ist sehr wichtig, dass ihr das lernt. Gerade Anfänger haben damit ein bisschen Probleme. Mappt einfach ein paar schöne Maps. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Sollte eigentlich halbwegs verstanden sein. Was Events und Ereignisse sind. Und im nächsten Video werden wir uns hier um Bewegungen kümmern. Und kurze Zwischensequenzen erstellen. Wir werden eine kurze Zwischensequenz erstellen, die vollkommen automatisch abgespielt wird. Quasi so eine Art Intro-Zwischensequenz. Also ihr könnt damit quasi dann ein kleines Intro für euer Spiel basteln. Ihr werdet sehen, das wird mega cool. Und es wird euch sicherlich gefallen. Natürlich kann ich euch kein hochkompliziertes Intro hier zeigen. Aber ich kann euch auf jeden Fall dann die Möglichkeiten zeigen, die ihr so im Groben habt. Und wir können uns dann natürlich, könnt ihr, sagen wir es mal so, nicht wir, sondern ihr könnt euch dann natürlich aus diesen Möglichkeiten, die ihr gezeigt bekommt von mir, natürlich auch ein sehr schönes eigenes Intro. Und eine schöne Cutscene basteln. Eine schöne Zwischensequenz auf Deutsch. So, das war es soweit von mir. Und ich drücke hier auf OK. Drücke auf Speichern. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Beziehungsweise ihr hört mich. Und ich sehe eure Kommentare hoffentlich. Das würde mich auf jeden Fall glücklich machen. Kommentiert ruhig. Sagt, was euch nicht gefallen hat. Sagt, was euch gefallen hat. In beiden Fällen bin ich sehr froh, weil nur so können wir auf jeden Fall zusammenarbeiten. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr in meinen Discord-Server beitretet. Und wenn ihr der Steam-Gruppe beitretet. Und alle weiteren Möglichkeiten, mir zu folgen, findet ihr in der Videobeschreibung. Guckt einfach mal rein. Und in meinem Kanal könnt ihr das Ganze auch finden. Und dort findet ihr dann auch noch weitere Videos. Also, lasst einfach mal ein Abo da. Es geht demnächst auf jeden Fall weiter mit Tutorials. Yay! Zum RPG Maker MZ natürlich. Und auch zu anderen RPG Makern werden noch Tutorials kommen. Falls ihr nicht mit dem MZ arbeiten wollt. Gut. Tschüsseli!